Das ist der Luis Harps. Das ist ein Riesen-Ider-Hinderich. Ich schenne es. Nächstes Ohli, Krems zu mir in der Position. Gibt ihn! Gibt es da noch? Habt ihr ab? Was war der Pippet? Ja? Ja. Hat schnell aussehen wie bei dem Thomas. Die sollte mal mit ihrem Vater sprechen, dass er nämlich ordentlich das Auto baut. Ja, jetzt kommt der Basti. Ja, der fährt eigentlich viel schneller. Aber es hat sich gut geschlagen, wenn er nicht hinter dran ist. Es ist überziehen ihn, bevor er in die Nähe kommt. Ja, da ist er in die Zümmel-Bi-Luft. Ja, da wärst du da raus. Da hat er verloren. Oh! Da hat er aber hinter auch einer ist da, gell? Ja, das ist gerade passiert. Ach, wo ist das jetzt, gell? Ja, aber der Zorn hat er trotzdem noch in der Fresse durch. Hält sich erschreckt? Ja, die bestimmt schon. Ja. 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 Ja.